Es ist ihr eine echte Herzensangelegenheit. Über zwei Jahre lang hat Kalanta Wollny ihre Tochter schon nicht mehr gesehen. Seit November 2021 lebt die kleine Katalea bei ihrer Großmutter Silvia Wollny und ihrem Partner Harald Elsenbast in der Türkei. Nun macht sie ein trauriges Geständnis. Kalanta Wollny, aber falls es nicht so ist, lernt die kleine Maus ihre Mama einfach kennen und ich sie. Eine kleine Ewigkeit für das Mädchen. Ob sie ihre Mama wohl nach dieser langen Zeit wohl noch erkennt? Das möchte jetzt ein Follower von Kalanta Wollny von ihr wissen. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, gibt sie 23-Jährige zu. Einem Treffen mit ihrer Tochter blickt sie dennoch positiv entgegen. Aber falls es nicht so ist, lernt die kleine Maus ihre Mama einfach kennen und ich sie, schreibt sie weiter. Denn eins möchte Kalanta in jedem Fall verhindern, die Hauptsache ist, dass sie noch ein wenig in ihrer Kindheit ihre Mama hat, bevor sie irgendwann bei mir vor der Tür stehen muss. Und ich komplett fremd für sie bin. So kam es zu dem Kontaktabbruch zwischen Kalanta und den Wollnys. Doch wie kam es überhaupt zu dem Kontaktabbruch? Zwei Monate nach der Geburt von Katalea im Dezember 2018 kam es zu einem heftigen Streit zwischen Kalanta und ihrer Mutter. Silvia soll ihre eigene Tochter beim Jugendamt gemeldet haben, damit diese nicht mit ihrem Kind in eine eigene Wohnung zieht. Nachdem die Situation sich wieder zu beruhigen schien, eskalierte es im Frühjahr 2021 erneut, Kalanta stieg aus der Reality-Show die Wollnys, eine schrecklich große Familie aus. Darum kann sich Kalanta nicht um ihre Tochter kümmern. Schon im Januar hatte Kalanta Wollny offenbart, dass es ihr sehnlichster Wunsch sei, meine Kleine nur noch einmal in den Arm nehmen zu können. Doch sie gab auch zu, dass sie momentan nicht in der Lage sei, sich um ihre Tochter zu kümmern. Ich bin aktuell gesundheitlich extrem angeschlagen und bin froh, dass die Kleine das nicht sehen oder mitbekommen muss. Nach eigenen Angaben leide sie unter posttraumatischen Belastungsstörungen und Depressionen.